Pfingstmontag, ein wundervoller Tag und das Schöne ist, dass ich heute noch jemanden mitnehme zum Biken. Ja, ich bin gleich da. Ja, da ist er schon! Guten Morgen! Guten Morgen! How are you? Ja, ich bin gut, danke! Ja, der Roddy aus Australien ist da. Er macht jetzt noch ein bisschen Wachs auf seine Kette. Und dann fahren wir nach Schalkrippen, noch einen Kumpel von ihm treffen. Und dann fahren wir wahrscheinlich zum Engländer. Und ja, das ist jetzt hier noch ein Roddy sein altes Bike, 26. Aber er bekommt den nächsten Neues, das werdet ihr wahrscheinlich im nächsten Video schon sehen. Ja, er mag es immer noch, aber ja. It looks like a Kid-Bike. Ah, that hurts! Ne, wir machen immer Jokes da drüber, weil... Just have a look. Put your bike next to mine. Okay. So, dass jemand den Unterschied sehen kann. So, ne? Ich weiß nicht, ob er es sehen kann, aber... It really looks like a Kid-Bike. Ja. Aber jetzt kann ich ihn ja damit aufziehen, weil er ja sowieso bald ein Neues kriegt. Und von daher... Ja, wir fahren jetzt los und dann sehen wir uns später. Roti! So, wie ist dein Bruder? Hey! Alles gut? Ja. Hi, Carlo! Servus! Dann werden die schon mal schauchen! Alles klar? Alles klar! Kaum zehn Kilometer gefahren, will der Rotti hier schon wieder stoppen. Die Sonne auf dem Schwimmer bleibt. Das ist eine Wasserdrehtanlage und dann dreht es gleich weiter. Und noch ein bisschen Radweg entlang und dann geht es berghoch in den Wald. Ganz schön warm und Mücken. Der Rotti musste sich natürlich gleich den steilsten Anstieg aussuchen, den wir hier in der Gegend haben. Unglaublich, der Typ. Yes, I think. Yeah, Rotti always wants to have a friend. Okay, I'll ride for fun there. Is that the age where you start to ride for fun? Ja. Ah. Sixty-seven. Okay. Sixty-seven still. Ja. Moment. Da ist übrigens die Hütte, wo ich die Nacht mit Devils auch verbracht habe, auf meiner Bikepacking-Tour. Ich werde das Video mal hier oder da oben verlinken. Sauwindig. Genau. Ohohohoho. Ohohoho. 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 Die Jungs sind schon vorgefahren. Ganz einfacher Trail. Oh, wie ist das kleine Gang? I heard it. What happened? Oh, ne, hat das Eingedings. Da ist jetzt ein kleiner Uphill Trail. Knie. Und Roddy muss noch ein bisschen gucken, wenn wir über die Straße und so gehen, gegen der linken Seite. Naja, ich habe auch noch Probleme, aber nicht so schlimm wie der Roddy. So, jetzt kommt der erste schnelle Trail. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da fliegen lose Steine rum. Und Roddy. Oh, du wolltest mich nicht aufpassen? Nein. Oh. Oh. You're only great in Australia. Ja, ja. Was passiert? Hey. Was passiert? Oh. 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 Stänge. Ja. Was gut mit dir? Mit dir. I think. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Oh. Das Ding war in der Erde. Das hat er nicht gesehen. Das hat er nicht gesehen. Es hat sich, ich glaube, hinten rein oder vorne rein und dann hat es ihn so rumgehauen. Geht gleich näher. Es war aber jetzt auch wieder spektakulär, wie er es geschafft hat. Schau, Roddy, dafür, dass ihr hingefallen ist, hat er aber schon mal schön laufen lassen, oder? Ja, das ist typisch Robby, Roddy. Das ist normal. Ja, das kann er gut. Mmh, Kirschkuchen mit Sahne. Happy, Roddy. Do you feel okay after the crash? Ja, ja, ich fühle gut. We got the easy way, ja? Ja, I forgot the easy way. Ja, because the other side is a pathway. We got this one? Was? Stehen wir da hoch? Willst du? Ja. Willst du? Ja. Ich habe vergessen, wie steil das ist. Schaffst du es? Hast du aber schon geschafft, oder? Ja. Ja, wir fahren jetzt Winter nach Hause. Normalerweise wollten wir einen wirklich spaßigen Trail runterfahren, aber nachdem der Roddy gestürzt ist es ist, fahren wir jetzt hier einen recht einfachen Trail, weil ein Sturz am Tag reicht definitiv. Es ist okay, Roddy. Hi, danke. Hi. 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 Hier rechts, oder? Rechts, Robi? Ich mag es hier. Es ist gut. Alles gut. Bis dann. Wir wollen jetzt gerade noch mal Eis essen. Und jetzt fährt der Bärmischung nach Hause. Wir fahren auch nach Hause. Und ja, das war's für's heutige Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten. Springt euch aufs Bike. And travel and ride. Bye bye. Oh, beautiful! Ah!